Weihnachtliche Grüße, Peace Day, Love Wogisch und wir begeben uns jetzt gemeinsam in eine außergewöhnliche Location, dem Fashion-TV-Café gegenüber der Staatsoper im Herzen von Wien. Bei der Einjahresfeier wurde genau das Lebensgefühl, das zelebriert, wofür Fashion-TV steht. Heiße Models und coole DJs, Live-Fashion-Shows und viele, viele Fotos. Ein Konzept, eine Idee, die von Österreich aus die Welt erobert. Wien wird immer mehr Zentrum von der ganzen Gegend und wir wollten ein modernes Wiener Fashion-Café-Lokal hier auch machen. Weltweit Café ist das Haus in der Getränke-Label, ja bis hin zur eigenen Sonnenbrill-Marke. Fashion-TV erobert auch weiterhin den Erdball. Und damit zu einem internationalen Stern am Modehimmel, ebenso bekannt auf der ganzen Welt, Valentino. Und dessen neueste Kreation, glänzende Metallic-Kleider mit kunstvollen Kregen, wunderschönen Roben, mit Tüllrücken und luxuriöse Stoffe. Ja, das ist Valentiner-Romantik. Jedes Outfit ist hier für sich ein Kunstwerk. Darüber sind sich die beiden Valentiner-Designer des Jahrzehnts, Bergpaula und Maria Grazia, einig. Unschuld, Spontanität und Energie, das ist das, was sie mit ihren Entwürfen ausdrücken wollen. Ein Lebensgefühl der 60er. Stickereien in Schmetterlingsform und Blumenmuster in gedeckten Farben sind da genauso dabei wie der typische Valentiner-Fantasie-Garten. Mode, die heute nur noch selten ist. Ja, Vogisch.TV immer auf der Suche nach dem Außergewöhnlichen. Unser Tipp daher für die Weihnachtstage und die exklusive Silvesternacht. B-Lounge bei Teresa Bundy. Ganz nach dem Motto, eine Entdeckungsreise after 6 p.m. Teresa Bundy schafft es nämlich ebenso in der Hegelgasse 17 im 1. Bezirk in Wien, das ganz Besondere zu zaubern und das wissen nicht nur die internationalen VIPs wie Pipa Middleton zu schätzen. B-Lounge bei Teresa Bundy. In diesem Sinne wünscht Vogisch.TV allen so sehr an Vogische Weihnachtstage. Be, stay, love, Vogisch.